Herzlich willkommen zu der WEPRO News. WEPRO, das sind professionelle Reinigungs- und Pflegeprodukte und Accessoires für euren Haushalt, entwickelt und empfohlen von einem der grössten Haushaltsgeräteherstellern der Welt. Heute geht es wieder um eure Küche, genauer um einen Geschirrspieler. In einer der letzten Folgen haben wir euch bereits WEPRO Entfettenpulver vorgestellt. Diesmal geht es um die WEPRO Spielmaschinen-Tabs mit der bewährten Reinigungsformel. Das praktische Entfettenpulver müsst ihr nur etwa drei Mal im Jahr anwenden. Die Spielmaschinen-Tabs hingegen helfen euch gleich dreimal und das bei jedem einzelnen Spielgang. Dank der Klarspülerwirkung strahlt und funkelt das Geschirr, die Salzfunktion entfängt Kalkablagerung auf dem Geschirr und die Glasschutzwirkung verhindert Glaskorrosion. Aus Sicht des Experten kann ich nur sagen, ideal ist das Zusammenspiel der WEPRO Spülmaschinen-Tabs und dem WEPRO Entfettenpulver. In dieser Kombination erzielen sie, egal bei welchem Gerät, von welcher Marke optimalste Resultate. Das Topprodukt aus der WEPRO Reinigungslinie ist nicht nur drei Produkte in einem, sondern ist dank dem wasserlöslichen Portionenbeutel auch hautschonend und gleichzeitig umweltfreundlich, weil weniger Verpackungsmaterial produziert werden muss. Finden könnt ihr die Spielmaschinen-Tabs und die weitere nützlichen Produkte von WEPRO direkt aus dem Katalog im Internet. Das war das Ziel der WEPRO News. Danke vielmals fürs Zuschauen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu den Spielmaschinen-Tabs oder natürlich auch zu einem anderen Produkt als dem HALSE WEPRO, dann ruft uns einfach an auf die Nummer 0848 801 005. Möchtest du uns zuschauen und bis bald!